Verona Poots Sohn San Diego ist ein richtiger Hottie. Der gebürtige Kölner ist auf dem besten Weg, Profisportler zu werden und zeigt seinen trainierten Body regelmäßig bei Instagram. Wir haben die heißesten Fotos von San Diego für euch zusammengestellt. Bei diesem Anblick dürften so einige Fans schwach geworden sein. Ebenso wie bei diesen Aufnahmen. Hier kann man deutlich seinen krassen Sixpack und die muskulösen Arme erkennen. San Diego's Kehrseite inklusive Unterwäscheblitzer kann sich aber auch sehen lassen, oder? Ganz schön heiß!